Es ist mir mal wieder ein Vergnügen, euch begrüßen zu dürfen und ich würde sagen, wir könnten gleich mal anfangen. Moin moin, liebes Rätselvolk. Bei der heutigen Folge ist mal wieder was Schönes passiert. Ich habe so gut ohne technische Probleme durchgehalten, aber diesmal sind sie wieder aufgetreten. Irgendwie ist das erste Rätsel dieser Folge gänzlich schwarz geblieben. Also habe ich mal den Großteil davon rausgeschnitten. Die letzte Minute davon könnt ihr noch sehen. Es kam ein Teil vor, ein Vorgängersender des RBB. Darauf bezieht sich das, was ich gleich sagen werde. Also auf jeden Fall trotzdem viel Spaß damit, hoffentlich. Dafür ist das zweite Rätsel relativ lang gewesen. Also ja, ich hoffe mal, es war nicht so ein großer Verlust. Okay, äh, Glücksspiel. Was könnte denn das sein? Eine Wette. Ah. Und dann haben wir hier den Krawall. Und dann die Kunstgattung. Weiß ich leider immer noch nicht. Aber das ist, na doch, die Malerei. Ich würde ja jetzt sagen, das hier ist ein Paneel mit Doppel-E. So, ähm, kostbar ist auch edel. Mh, Kehrreim. Hm. Das ist dann, ach so, die meinen damit den Refrain. Und damit haben wir das. Es ist geschafft. So, ähm, SFB. Ich würde das am liebsten mal googeln, aber dann komme ich auf die Senftenberg. Äh, vermutlich SFB. Ähm. Äh, äh, Fernseh. Hen. Senderfreies Berlin. Okay, dann ist das wahrscheinlich nicht der Sender, den ich dachte. Alles klar. Alles klar. So, dann kommen wir wieder zum Lösungsworträtsel. Raspel. Hm. Hm. Könnte auch ein Splitter sein, ist es aber hier nicht. Ein Polartier. Mhm, mhm, mhm. Verdammt. Hm. Was war der Tadel nochmal? Vorher hatten wir das mal andersrum. Hm. Okay, Fleck haben wir erstmal. Äh, dann weiß ich, es ist nicht der Pinguin. Das Polartier ist nicht ein Pinguin. Ähm. Gut, dann haben wir nämlich den ersten schon mal. Den ersten Buchstaben. Beutel ist auch eine. Hahaha. Ja, könnte passen. Abkürzung Escudo. Hm. Okay, also, ich glaube, den, den Buchstaben hier habe ich jetzt auch. Hm. So, was haben wir hier? Dämlich. Verloren. Lost. Ist aber nicht. Es geht gar nicht. Ähm. Was, was könnte da noch sein? Ähm. Verloren. Abhanden. Äh. Nein, auch nicht. Griechisch für Tugend. Keine Ahnung. Dämlich. Könnte nicht doof, sondern was anderes sein. Ich gehe mal davon aus, ich weiß diesen Buchstaben jetzt. Ähm. Ähm. Damit hätten wir, damit hätten wir, ja, gute Frage. Was, was, was könnte ich jetzt noch machen? Ich könnte mal versuchen, ah, okay. Äh, da, das ist auf jeden Fall ein Tee, also wird das nix mit, mit dem Wort, was ich dachte. Ähm. Gucken wir uns mal die sieben an. Ja, okay, das ist ja auch dann klar. Ähm. Okay, ich habe im Grunde, mir fehlen noch diese drei Buchstaben. Ähm. Dann würde ich mal sagen, ich nehme auch die fünf noch. Fortdauernd. Hm. Hm. War eine schlechte Idee. Ähm. Manschette. Eine Manschette. Ist kein Knopf. Ist sowas nicht. Das Wort weiß ich jetzt schon mal. Bringt mir das was? Hm. Navigationsgerät. Nicht einfach die Abkürzung Navi, das ist nicht so. Aber ich weiß noch ein anderes, ein älteres. Ähm. Zeichengerät. Könnte das sein. Ja. Dann wäre das, äh. Hm. Hm. Karbol-Säure. Oh Gott. Wenn ich das mal wüsste. Ne. 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 Na okay, ich versuche mich lieber an der vier. Das dürfte eventuell leichter sein. Ja. Okay. Ähm. Was, was ist die sechs? Die, die könnte mir jetzt weiterhelfen. Was ist die sechs? Ausgeglichen. Kleine Kirche. Äh. Verwegen. Es wäre schön, wenn ich hier irgendwo mal was finden würde. Also ausgeglichen würde mir was einfallen, aber das klappt nicht. Weil dann, äh, der sechste Buchstabe wirklich sehr merkwürdig, äh, hier überhaupt nicht reinpassen würde. Ähm. Was denn jetzt eigentlich? Haben wir die ganze Zeit die gleiche Musik? Ach, Mensch. Huchi. Ja, ist ja gleich vorbei. Ich ändere die mal. Ich hab, ich hab ein Lied in die Playlist aufgenommen, hab aber die Playlist gar nicht angemacht so richtig. Ja. So, dann geht das jetzt besser. Äh, ein Einschnitt, äh, könnte... Also, ich weiß, was das hier ist. Vielleicht hilft mir das weiter. Ein Akt ist das, ja. Äh, ein Einschnitt ist... Äh, ja, es könnte sein. Mhm. Okay. Hm. Ausgeglichen. Und dann wäre das damit... Äh. Frech. Was könnte das noch sein? Was könnte das noch sein? Hm. Schneemensch. Ja, den gibt's auch noch. Ähm. Ja, okay. Ja, ja, dann weiß ich auch, was das ist. Ja, okay. Bringt mich das weiter. Hm. Höchstens so, dass ich, äh, sagen kann... Ach, verwegen weiß ich jetzt auch. Gut. Gut, und, äh, die kleine Kirche fängt mit M an. Was, was ist eine kleine Kirche mit M? Ähm. 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 Und hört auf, fast mit einem L. Wie's aussieht. Okay. Ah, die 5 oder die 6. Das wäre schön, wenn ich die mal wissen würde. Also, verloren mit P fängt das an. Hm. Ach, das ist böse. Also, ich, ich weiß hier, äh, ich, ich kann ja gerne mal die Buchstaben eintragen, die ich jetzt weiß. Also, B. A. D. E. So. In die 8, äh, in die 7 kommt ein... Hm. Das 7. Ja. Und in die 8 ein T. Beweisen kann ich das Ganze auch. Hm. Bademist könnte da stehen, aber ich glaube nicht. Baderist? Was ist denn ein Baderist? Wenn... Äh... Wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber es muss nicht sein. Ähm. Ich würde mal sagen... Machen wir erst mal, tragen wir mal ein paar Sachen ein und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. Ähm. Dann haben wir hier nämlich die Tasche. Das war nämlich, äh, das war nämlich, äh, so gedacht. Ähm. So, was haben wir hier noch? Äh, Hautausschlag ist natürlich Acne. Tinte auf Englisch ist Ink. Ja. Ebenfalls ist Dito, äh, und Ole ist ein nordischer, äh, Männer-Name. Hm. 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 Okay. Vom gleichen Druck, äh, weiß ich noch nicht, aber ich weiß die Traubenernte, natürlich. Fortdauernd hätte mir jetzt vielleicht auch mal weiter geholfen. Machen wir mal noch die fliegende Untertasse. Dann machen wir hier das Navigationsgerät, den Kompass, der nicht, äh, der es nicht ist. Okay. Das macht einiges, das erklärt einiges. Hätte ich jetzt gedacht, dass das ein Kompass sein soll. Okay. Ähm. Ähm. Hier gibt's auch, hier ist es auch kein Pinsel. Okay. Ähm. Nordafrikanische Hauptstadt. Äh, machen wir erstmal hier Anis rein. Ja. Französisch 6 ist, glaube ich, irgendwie sowas. Nein. Nein. Ähm. Also es fängt mit S an, auf jeden Fall. WD 6. Ähm. Frech war dreist. Ja. Äh. Gebärdensprache ist Gesten. Das ist auch klar. Verwegen ist anscheinend nicht mutig. Äh. Kann ja auch gar nicht sein, weil der, äh, Eisbär. Huch. Okay. Dann hatte ich Verwegen sowieso falsch. Ähm. Der Eidbär. Okay. Ähm. Das ist blöd. Also. Nicht, dass, also, äh, nicht, dass ich das Wort nicht kennen würde. Äh. Das, das ist, es ist, äh, das Wort heißt einfach nur blöd. Ach, natürlich. Die Rüge ist gemeint. Äh. Badegast. 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 So. Damit kommen wir doch schon mal weiter. Ähm. Fleck war Spot. Ja. Ähm. Verloren. Perdue. Ah. Das meinen die. Mhm. Äh. Griechisch Tugend. Äh. Da muss ich wahrscheinlich fortdauernd nochmal irgendwann hinkriegen. Ähm. Zeichengerät. Was könnte man noch nehmen? Lineal. Linear ist nicht lineal. Okay. Ähm. Kabul Säure. Ja. Das wäre schön, wenn ich das wüsste. Ähm. So. Ähm. Akte ist die nicht Datei, sondern was anderes. Äh. Machen wir erstmal den Yeti. Und den Endbenutzer natürlich. Das ist der User. Äh. Der Einschnitt. Ich hätte jetzt gesagt Zäsur. Ah. Tatsächlich. Ausgeglichen. Das Wort fällt mir wirklich grad nicht ein. Sari ist es nicht. Glaube ich. Sari. Sari war was anderes. Ähm. Aber hier kühn. Kühn. Ähm. Und dann haben wir natürlich hier die Kapelle. So wird ein Schuh draus. Ähm. Raspel. 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 Reibe. Hm. Das ist damit gemeint. Okay. Ausgeglichen. Lari. Fari. Oh man. Äh. Hari. Hari. Gari. Ich hab keine Ahnung was da für ein Wort reinkommt. Tatsächlich. Bin mir da nicht sicher. Ähm. Okay. Fortdauernd. Äh. Vom gleichen Druck. Ähm. Hm. Hm. Isoton. Zufällig. Zufällig richtig gewesen. Ähm. Okay. Karbolsäure. Ich hab keine Ahnung. Phenol. Huch. Ach. Das I kommt da nicht rein. Okay. Phenol. Phenol. Macht mehr Sinn. Ja. Äh. War das nicht Clodea? Clo... Ähm. Ne. Clodea? Hm. Alodea? Elodea? Elodea? Oh je. Äh. Fortdauern. Stetig ist das. Ah. Jetzt komm ich auch mal mit. Mit. Ähm. Arete. I und E verwechsel ich hier anscheinend öfter mal. So eine Maschette ist dann wohl eine Stulpe. Hm. Hm. Ähm. Ich glaube dann haben wir hier Tunis. Ja. Ja. Ähm. Ha. Was könnte das sein? Irgendwas mit S-A? Nee. Hm. Also E war ja eigentlich nicht. Nee. Hm. Soa? Nee? S-U-S. S-A-S. Nein. S-A-S? S-A-S? Echt jetzt? Im Französischen ist die 6 auch 6? Wow. Okay. Ähm. Ach der 6-Tant. Den meinen die. Ach. Natürlich. Den gibt's ja auch noch. Äh. Ich dachte leider nur an den Kompass gerade. Äh. Wo fehlt uns was? Ach hier. Ein Buchstabe fehlt uns noch. Bari. Nari. Mari. Gari. Hari. Kari. Lari hatte ich schon. Yari. Fari hatte ich. Dari. Sari. Ari. E-A-Ri. Wari. Tari. Zari. Also langsam wird's. Pari. Ausgeglichen. Ich bin vollkommen Pari. Was ist denn Pari? Paritätisch? Was meinen die denn mit dem? So. Pari. Von Lateinisch par. Ja, ja. Macht auf einmal Sinn. Ein Fachausdruck für den Börsenkurs von Wertpapieren. Na. Guck mal einer an. Das ist ja sowas. Ein ausgeglichener Börsenkurs heißt also Pari. Ach und wir haben hier außerdem noch einen Buchstaben vergessen. Vorsichtig, vorsichtig. So. Damit hier mir wieder keiner in den Kommentaren eine Szene macht. Nein. Ja. Jedenfalls. Es ist mal wieder geschafft. Und wir haben 24 Minuten insgesamt gebraucht. Also höchstwahrscheinlich 20 Minuten. Unter 20 Minuten für jedes von den beiden. Läuft doch. Läuft doch. Ist doch alles gut. Dann bin ich ja froh, dass ich das heute mal wieder geschafft habe. Waren interessante Worte dabei. Muss ich mal sagen. Isotonen zum Beispiel. Gibt's nicht auch isotonische Getränke? Oder war das isotopische? Nein. Nein. Ich glaube eher isotonisch. Ähm. Was auch immer das dann heißt. Oh. Und Elodea. 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 Wie auch immer man das ausspricht. Ich spreche das am liebsten dreimal falsch aus. Damit mir keiner sagen könnte, ich wüsste wie es richtig ausgesprochen wird. Genauso wie das Archipel. Das ich mal als Archipel ausgesprochen habe. Bis mir irgendwann mal jemand endlich gesagt hat, dass das so ist. Äh. Ich lege ja wirklich sehr viel Wert gerne darauf, da Sachen richtig auszusprechen. Aber, ähm. Wenn man das noch nie gehört hat, nur gelesen, dann ist das tatsächlich schwierig, da die Betonung auch zu kennen. Falls ich euch damit was beigebracht habe, freut mich. Also bei dem Wort. Ich müsste hier eigentlich irgendwo so ein kleines Fenster daneben haben, wo ich das immer gleich eintragen kann. Und gleich nach alle möglichen Informationen nachgucken kann. Aber, ja. Vielleicht kriege ich das irgendwann noch hin. Jedenfalls bis zum nächsten Mal wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Und, ähm. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann. Tschüssi.